Hi! Falls ihr Lust habt, euch mal künstlerisch zu betätigen, habe ich hier ein Beispiel, das ich euch jetzt zeigen werde, wo ihr ein Bild weitermalen werdet. Das heißt, ihr braucht aus einer Zeitschrift einen Bildausschnitt. Das heißt, ihr sucht euch was Schönes aus, wo ihr das Gefühl habt, da kann ich mir gut was zu vorstellen, was entweder genau zu diesem Bild passt, das heißt, ich würde es mir hier irgendwo draufkleben und würde weiter zeichnen, was schon zu sehen ist. Also hier jetzt die Bäume und der Wald. Oder aber ihr sagt auch, ich möchte so kreativ sein, ich überlege mir was Neues, die soll ganz woanders sitzen. Dann könnt ihr auch sie einmal so ausschneiden. Das nehme ich mal noch mit. Jetzt habe ich nur noch die Frau mit der Hand. Die klebe ich mir jetzt mit Brittstift auf mein Papier. So, die Frau soll jetzt hier sitzen. Und jetzt überlege ich mir, gut, sie soll nicht mehr im Wald sitzen, sondern sie ist am Strand. Das heißt, ich würde jetzt hier eine Palme anfangen zu fallen. Und überlege mir, dass hier unten der Sand ist. Und sie schaut Richtung Meer. Und so weiter. Also wenn ihr Lust habt, das mal auszuprobieren, dann sucht euch doch mal euren eigenen Bildausschnitt aus und macht es da auch. Bis dann! Tschüss!